Die Streaming-Plattform Mixer macht überraschend dicht, die Dying Light 2-Entwickler trennen sich vom Chef-Story-Autor und Marvel's Avengers unterstützt Cross-Buy, Cross-Save und Cross-Play. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Das kam unerwartet. In einem Blogbeitrag erklären die Verantwortlichen hinter der Streaming-Plattform Mixer, dass der Dienst schon am 22. Juli für immer abgeschaltet wird. Stattdessen wird Microsoft in Zukunft in Sachen Livestreaming und Project xCloud mit Facebook Gaming zusammenarbeiten. Die Verträge der bisherigen Partner sollen von Facebook Gaming übernommen werden. Außerdem sollen im letzten verbleibenden Mixer-Monat Streamer doppelte Einnahmen für von Zuschauern ausgegebene Ember und Sparks bekommen. Wer bis zum Ende von Mixer noch Ember, Mixer-Pro-Mitgliedschaften oder Kanalabos offen hat, sollen in Xbox-Guthaben-Karten entschädigt werden. Die Entscheidung, Mixer abzuschalten, hat vor allem Partner-Streamer kalt erwischt, die emotional auf das abrupte Ende ihrer auf der Plattform aufgebauten Karriere reagiert haben. Offenbar soll aber selbst die Mixer-Belegschaft keinerlei Vorwarnung bekommen haben. Um den Wechsel zu Facebook attraktiver zu machen, will der Social-Media-Gigant laut den Quellen von E-Sport-Journalist Rod Breslau bis zu 2500 Dollar pro Streamer als Einstellungsbonus bezahlen, sofern man sich an Facebooks Auflagen hält und mindestens 90 Tage bei Facebook Gaming bleibt. Für Mixer-Stars wie Ninja oder Shroud wäre Facebook sogar bereit gewesen, das ursprüngliche Millionen-Angebot von Mixer zu verdoppeln, beide sollen Breslau nach aber abgelehnt haben. Seinen Quellen nach habe man Mixer dadurch gezwungen, sie aus dem Vertrag herauszukaufen, wodurch Ninja ca. 30 Millionen und Shroud um die 10 Millionen Dollar verdient haben soll. Beide sollen jetzt wieder ohne exklusive Streaming-Plattform dastehen. Das abrupte Ende von Mixer kommt nur wenige Tage nach einem aufkeimenden Rassismus-Skandal im Unternehmen. So wird der bisherigen Head of Business Development Natalia Domingo von ehemaligen Mitarbeitern und Partner-Streamern vorgeworfen, wiederholt rassistische Bemerkungen geäußert zu haben. Domingo soll einem schwarzen Mitarbeiter erklärt haben, sie sei der Sklavenmeister und alle Partner-Streamer ihre Sklaven. Ein direkter Zusammenhang zwischen den Anschuldigungen und der neuen Kooperation mit Facebook wirkt jedoch eher unwahrscheinlich, da solche Vorgänge in der Regel deutlich länger dauern. Gestern hatten wir von einer Welle von Berichten über sexuelle Belästigung in der Spielebranche berichtet und heute fordert das erste Konsequenzen. So erklärt der Entwickler Techland, sich für Dying Light 2 ab sofort von Story-Autor Chris Avalon zu trennen. Mehrere betroffene Frauen werfen Avalon sexuelle Belästigung und sogar sexuelle Übergriffe vor. Den Berichten der Opfer nach soll Avalon dieses Verhalten über Jahre hinweg bei verschiedenen Arbeitgebern und Projekten an den Tag gelegt haben. Techland erklärt, dass man sowohl an interne Mitarbeiter aber auch an externe Berater die gleichen Erwartungen hat und deshalb sexuelle Belästigung nicht toleriert, deshalb habe man das Ende der Zusammenarbeit gemeinsam mit Avalon beschlossen. Der Entwickler will trotzdem dem am Anfang des Jahres ausgearbeiteten Entwicklungsplan weiter folgen. Bisher hat Dying Light 2 nach einer Verschiebung keinen neuen Release-Termin. Auch der für Vampire Bloodlines 2 zuständige Publisher Paradox Interactive hat sich in der Causa Chris Avalon zu Wort gemeldet. So hätte Avalon auch hier in einer frühen Phase des Projekts einen Beitrag zum Spiel zugesteuert, inzwischen sei durch den iterativen Arbeitsprozess beim Entwickler Hardsuit Labs aber nichts mehr davon übrig. Zu den Anschuldigungen gegenüber Avalon äußert sich Paradox konkret nicht. Die Einkaufstour von Facebook geht weiter, denn nach dem Mixer-Deal schluckt die Facebook-Tochter Oculus jetzt auch das Entwicklerstudio Ready at Dawn, das bestätigt das Team auf der offiziellen Website. Alle Mitarbeiter von Ready at Dawn werden damit Teil der Oculus Studios-Familie, die sich in Zukunft auf die Entwicklung von VR-Spielen konzentriert. Konkret arbeitet das Team an der Fortsetzung zum Oculus-exklusiven VR-Titel Lone Echo, Lone Echo 2. Ready at Dawn hat vor seinen VR-Erfolgen Lone Echo, Echo Combat und Echo Arena, die God of War Spin-Off, Chains of Olympus und Ghost of Sparta sowie das PlayStation 4-Exklusive The Order 1886 entwickelt. Activision und Toys for Bob haben offiziell Crash Bandicoot 4 It's About Time angekündigt. Die Jump'n'Run-Fortsetzung kommt zwar in schicker neuer Grafik daher, spielerisch bleibt Crash 4 aber der linearen Level-Struktur der Vorgänger treu. Neben Crash sind diesmal auch seine Begleiterin Coco und der Schurke Dr. Neo Cortex spielbar. Crash 4 knüpft an die Handlung von Crash 3 Warped an und ignoriert die Geschichte von Crash Twinsanity oder Crash of the Titans. Vier neue Masken spendieren Crash diesmal neue Fähigkeiten, mit denen er die Schwerkraft umkehren, an Wänden und Decken laufen, die Zeit verlangsamen und an Rails entlang grinden kann. Crash 4 erscheint für Xbox One und PS4 am 2. Oktober, weitere Plattformen wurden bisher nicht angekündigt. Square Enix und der Entwickler Crystal Dynamics kündigen an, dass Marvel's Avengers für beide Next-Gen-Konsolen kostenlose Upgrades bekommt. Auf Xbox kann man also ein für Xbox One gekauftes Avengers mittels Smart Delivery auch auf der Series X spielen. Auf der PlayStation bekommen Käufer der PS4-Version ein Gratis-Upgrade auf PS5. Avengers unterstützt innerhalb der gleichen Konsolen-Familie außerdem Cross-Play und Cross-Save. Dazu hat Crystal Dynamics auch erste PS5-Screenshots aus Marvel's Avengers veröffentlicht. Laut Aussage von Gary Snethen, dem Chief Technology Officer bei Crystal, soll das auf der hauseigenen Foundation-Engine basierende Avengers auf PS5 Ladezeiten auf eine oder zwei Sekunden eingedampft haben. Zudem sollen PS5-Spieler zwischen einem Grafik-Qualitäts- und einem Performance-Modus wählen können. Aussagen zur Framerate im Qualitätsmodus gibt's noch nicht, der Performance-Modus soll das Spiel aber in einer adaptiven 4K-Auflösung bei 60 FPS laufen lassen. Mehr Details zur PC, Stadia und Xbox Series X-Version soll es laut Snethen zu einem späteren Zeitpunkt geben. Marvel's Avengers erscheint am 4. September für PS4, PC und Xbox One, die Next-Gen-Version wird's dann zum Start der neuen Konsolen geben. Das war's schon wieder mit den News für heute. Damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert gerne diesen Kanal und drückt die Glocke. Heute Abend gibt's natürlich wieder unseren Find-Your-Next-Game-Livestream, heute wieder ab 18 Uhr live mit Medieval Dynasty, Windbound und vielem mehr. Schaut sonst gerne auch in unsere anderen Videos rein, zum Beispiel unseren Test zu ESO Greymoor oder dieses Video hier über vergessene Shooter. Die nächsten News gibt's morgen, bis dahin, weiterspielen!